Danke für den Tipp, Ubi. Ubi, ich bin da sehr, sehr akkurat. Ich bin hinter dir, lauf einfach vor. Ich kann den nicht looten. Ich auch noch nicht. Jetzt lauf an dir vorbei. Okay. Meine Pfeile, meine Pfeile. Gib mir mal die Trank Arrows, nimm du die Steinpfeile. Gib mir mal die Trank Arrows, die Trank Arrows hab ich ja eh mit. Und die haben für Lola einen Bogen. Wieso soll ich dir denn jetzt die Trank Arrows geben? Weil ich die anderen doch auch schon habe, fürs 10. Ist das hier nicht irgendwo? Du bist jetzt hier sehr zähm. Bin ich blind? Ich pack die doch nachher in die Kiste, aber ich hab doch gerade schon welche mit. Wo bist du denn jetzt, Chef? Hey, ich seh das Grün nicht. Ja, das ist ja auch weg jetzt. Ach, ihr wart da? Beim Langheiz. Beim Langheiz sind wir jetzt. Die Schweine, wir wollten da gerade eine Tour unternehmen. Ja, ich denke, ihr wolltet zu uns kommen. So kann man es natürlich auch verpacken. Hier, ich hab einen Bogen für Lola. Jetzt kriegt Lola wenigstens mal einen Bogen. Ich hab keine Pfeile, musst du es sich selber machen. Er geht noch ein paar Pfeile ab, Alter. Genau, es dreht sich das für mich dann aus. Wie viel habe ich denn da? Hast du nicht gerade welche gelootet? Ja, ich kann ein paar begeben. Du kannst aber gleich benutzen. Können wir nicht einfach den Bronto töten? Ja, töte ihn. Los, greif ihn an, bitte. Ich möchte mir das Schauspiel angucken. Aber trappe nicht über meinen Flugdino. Hier, warte, ich geb dir mal eben. Sonst fick ich dich. Du kriegst jetzt die Sachen für Lola. Warte. Warum? Lola ist doch da. Wo ist sie denn? Da. Steht doch vor dir. Ich wollte doch nicht für Lola nehmen. Halt, stopp. So. Und sie hat Vekanien für Chris. Das ist doch ein toller Tausch. Ey, da ist sie. Warum ist denn hier so neblig? Ja, weil es ein Friedhof ist. Das ist kein Argument. Ja, es ist aber die Wahrheit. So. E-Mail. Treib dich an. Ich kann aber die 34 Pfeile nicht teilen. Weil du nen Sperr in der Hand hast. Ich hab ein bisschen Respekt. So, wie mach ich das jetzt? Wenn du jetzt auf E drückst. Ja. Dann hast du sein Inventar. Nein. Warte, jetzt sind noch Pfeile. Na, jetzt. Jetzt siehst du, der hat da Raw Meat drin. Hinter dir. Die Narkotics, dieser Eimer. Ja. Und die Narko-Bären. Ja, Lola hat für dich auch noch Narko-Bären hier. Hier, ich hab 20 Stück jetzt reingetan. Sehr schön. Unten rechts steht Torpor. Äh, ja. Das ist die Bewusstlosigkeitsanzeige. Okay. Die ist bei ihm höchstens 240. Die geht ja immer runter. Siehst du ja, ne? Ja, ja, die geht runter. So, um die hoch... Wir müssen ihn halt bewusstlos halten. Der darf halt nicht aufwachen. Ja, 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 ja. Darf nicht auf Null. Um die hoch zu machen, klickst du auf die Narko-Bären. Einmal links klick. Ja. Ja. Und Must Remote Use Item steht dann da unter. What? Wenn du auf die klickst, steht direkt da drunter Remote Use Item. Ach so, ja. Klick da mal drauf. Jetzt hast du den gezwungen, eine Narko-Berry zu fressen. Und jetzt geht die Anzeige wieder hoch. Siehst du das? Aha, die geht also nicht automatisch hoch. Ne, die geht nicht automatisch hoch. Du musst die Narko-Berries... Das ist also so aufwändig, weil man halt immer selber machen muss. Genau. Und du musst die Narko-Berries halt an ihn verfüttern. Und die Narko-Berries geben Po-Bäre acht Bewusstlosigkeit wieder dazu. Also acht Punkte. Und ich könnte jetzt erst mal fünf reinpressen, damit das wieder ganz nach oben geht. Genau, mach das mal. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist mein Freund. Danke an Maverick für den Host. Hallöchen an alle. Hallo. Und diese Eimer dafür sind halt da. Diese Narko-Bären, die spoilen ja. Ja. Wie das Spoiled Meat. Und die Eimer, die spoilen halt nicht mehr. Das heißt, wir haben halt... Die Eimer machen gleich... Ein Eimer macht 40 Bewusstlosigkeitspunkte. Ach so, also... Ja, du brauchst ja den Eimer gar nicht. Ja, also... Wir können uns halt vorbereiten. Wir können halt diese Eimer schon im Voraus bauen, weißt du? Produzieren. Ja, ja, ja. Aber für den bräuchte man es jetzt nicht, weil wir eiskalt, äh... Für den nicht. Wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt schon ein paar Bären hier haben. Also das werde ich jetzt hier schon hinkriegen, glaube ich. Der ist ja jetzt... Du siehst die Taming-Anzeige, wenn du auf ihn rauf gehst, ne? Äh, wenn ich nicht im Menü bin, sehe ich das bestimmt. Ja, wenn du nicht im Menü bist, dann steht... Dann ist der jetzt schon halb getamt da. Der ist halb getamt. Genau. Jetzt muss ich den halt weiterfüttern mit Fleisch und mit Narko-Berries, äh, bis der halt voll ist. Und dann kann ich den... Warte mal, wie ist das mit dem Fleisch? Das Fleisch schießt da automatisch? Äh, rechts mit Food, oder was? Genau. Und ich hab hier nichts mehr weggemessen wie schnell erzählen. Lola... Wow, 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 wow! Schießt ihr nicht ab? Lola, nicht schießen! Bist du da festgebackt? Ja. Ja, ich will dich nicht schlafen. Du bist jetzt, dein Ernst, du bist festgebackt? Du weißt, dass du dann da nicht wieder wegkommst? Okay, du bist raus. Jetzt kommst du... Jetzt kannst du dich wieder bewegen? Schieben! Schieben! Ja, ich... Ich schieb doch! Wo ist der Julian? Und das Food darf einfach noch nicht runtergehen, oder? Genau, der... Das Bewusstlosigkeitsding darf nicht runtergehen. Und das Food nicht? Doch, das Food geht ja automatisch runter. Der frisst die automatisch. Der frisst die automatisch? Genau, die frisst automatisch. Also da muss ich nicht ein Remote-Use-Item machen. Nee, 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 nee. Die frisst er automatisch. Wenn der Hunger hat, frisst er halt ein Fleisch. Okay, 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 okay. Und du hast den jetzt bewusstlos gekriegt, indem du ihn einfach mit was für einem Pfeil betäubt hast? In Trank-Arrows, ne? Ach, die Trank-Arrows, die sind bewusstlos Pfeil, oder was? Genau, die rüstest du... Oh Gott, jetzt häng ich hier fest, weil ich Lula rausschieben wollte. Die hab ich nämlich auch. Ja, die rüstest du... Mann, kriegst du Nase. Ja, ich wollte Lula helfen, jetzt häng ich hier selber fest. Hängt die jetzt beide fest? Ja. Das ist nicht euer Ernst. Nee, ist nicht euer Ernst. Ich wollte Lula raushelfen, jetzt häng ich hier fest. Kommst du raus? Ja, ich will mich da rauskriegen. Alter, jetzt hau den Dino nicht. Nee, den Dino hau ich nicht, der würde Helf verlieren. Du sollst mich schieben, nicht schieben. Ja, dann pack ich da auch noch fest. Ich wollte gerade sagen, da hängen mich hier alle fest, ey. Oh nein! Das ist ja eine Todesfalle, das wie... Kommt ihr da echt nicht raus? Oh Gott, ich häng fest. Ihr seid so dumm, ey. Was ist das denn für ein dummes Bild? Was ist denn mit euch los? Seid ihr durch? Äh, Chef, du musst dich jetzt kümmern um Tame, ne? Ja, Lula's raus! Ja! Aber Chris, nee. Ja, komm Chris, ich hol dich da raus. Als ob, Chris ist... Chris ist für alle Ewigkeit verbuggt. Chris teilt in der Zähne, das ist sein Job jetzt. Chris, tut mir leid, ich muss dir jetzt einen Headshot geben. Hör auf jetzt, ich kann mich... Ich bewege mich ein bisschen, also hör auf. Als ob. Aber er hat den Kopf gehoben. Jetzt, jetzt! Ja, nice, nice. Muss man den Burschen nur machen, dann. Der Kopf war's. Ähm, Chef? Ja, bitte. Gehst du gleich wieder nach Hause? Warum? Nur ne Frage. Keine Ahnung, vielleicht. Ich hab Sachen, die du mitnehmen kannst. Oh je. Hier, dein Gewehr. Warte, ich muss obligatorisch, warte. Erst mal pfeifen. Du bist so ne echte Pfeife, ey. Ja, und Held. Eh klar. Das sind noch Fiber. Die Mejo-Berries, die lilanen Beeren, bitte in den Futtertruck packen. In den Futtertruck? Alter, ich hab noch Schettin, warte. Ich hab mich ja gekümmert. Soll ich grundsätzlich alle Beeren, die ich jetzt nicht selbst benötige, in diese Futtertruckdinger? Ja. Die bleiben da länger haltbar drin und... Lola ist da schon wieder am Ozean, ey. Ja, die hat doch grad einen Fisch getötet, falls du es nicht gelesen hast. Oh, hab ich wirklich nicht gelesen. Hab ich auch nicht gelesen. Tja. Weil da war teilweise echt... Da hat irgendjemand einen Haufen gelassen. Lola, geh zur Seite, ich muss die Kacke aufheben. Boah, das ist so verstörend, ey. Ja, vor allem ist Chris der Kacke-Sammler. Oh mein Gott, that job. Jeder hat seinen Job in Ark und Chris sammelt die Scheiße ein. Firma dankt. Manchmal ist das halt so. Man kann es halt einfach nicht ändern. Jeder hat seinen... Wie heißt das? Guck mal. Okay, und Wulff schlägt eine Schildkröte. Ups. Können wir mal eine Schildkröte töten? Ich greife eine Schildkröte an und die können wir jetzt töten. Ich schieße doch mal mit Pfeil und Boden drauf. Ja, easy. Passt auf, ne? Bis denn, die macht schon Schaden. Biss denn. Ach, gar nichts. Ihr macht das da schon. Ja, wir sind da zu viert. Ja, das letzte Mal, wo wir zu viert angegriffen haben... Und tot. Und alle hauen drauf, wie die mir klopfen. Das war, 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 war. Das war eins. Das Raw Meat könnt ihr hier mal eben reinlegen, was ihr da bekommen habt. Meinst du, das ist... So viel braucht ihr noch? Das, was überflüssig ist, würdest du das wieder zurückkriegen? Ja, natürlich. Aber ich brauch halt... Nimm das mit. Ich hab gar nichts bekommen, ey. Ihr wart so gierig. Nehmt das mit, was ihr habt und bratet das. Macht euch mal alle lustig. Dafür hab ich die Wasserleitung gelegt. Das Ding ist halt, Wolf, ich muss den... Wolf, wenn der fertig getampft ist, muss ich den ja mit nach Hause nehmen. Und dann braucht der halt auch Meat, weil da geht die Futteranzeige runter, ne? Ja, klar. So, ich geh mal lieber zurück, ansonsten, ne? Ansonsten ist das... Und jetzt haben wir am Haus irgendwie Drölf Karnus. Ja, und dann schieß ich die alle ab mit dem Headshot. Und jetzt... Ah, der Kritz. Der Kritz. Der Kritz ganzig, ey. Problem ist, mir gehen die Bären schon wieder raus, ey. Ich hab mich nicht gekümmert, die Zeit jetzt. Ja, weil du immer nur am Dings warst und gewartet hast und uns rumkommandiert hast. Das kommt von der Scheiße. Ey, ich hab Wolf das erklärt. Na, jetzt sei mal ganz ruhig hier. Und davor die halbe Stunde? Was hab ich denn gemacht? Guck dir an, der ist fast voll getamed. Fast voll, Hälfte. Was hab ich denn gemacht? Ah, das ist so ein Steinzeitviel. Ich stand nicht in der Gegend rum und hab einen Finger in der Nasen gehabt. So. Hier gibt Schittin. Ja, es gibt Schittin. Und Öl. Geil. Ich hab Öl. Ich weiß doch nicht warum oder für was, aber ich hab Öl. Öl haben wir auch schon in den Kisten. Haben wir nicht? Doch, wir haben Öl irgendwo in irgendwelchen Kisten. Ich hab die Kisten gerade alle sortiert. Wir haben 100%ig Öl. Dann ist das Öl im Mortal Impestil, musst du mal sagen. Ja, wahrscheinlich. Und Schittin. Der Junge hat nur nach Essen gebettelt, mehr nicht. Oh. Damn, that hate. Wow. Boah, hab ich mich erschrocken. Auf einmal kommt aus der Wiese so ein Flugsaurier raus. Mega erschrocken. Ja, diese Flugsaurier, können wir die auf einmal auftauchen? Verstecken sie sich voll. Da kriegst du übelst einen Anfall. Ich mein, ich kann die auch jetzt hier liegen lassen mit dem Thames, mir ja egal. Boah, jetzt heul nicht rum. Ich heul nicht. Wir machen alle unseren Job. Ich suche den Beschissensten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Den hast du dir aber auch ausgesucht. Ja, einer muss sich ja kümmern. Ich finde, Chris macht das hier sehr geil. So. Also, dann sortier ich mal. Die Aussage, die du gerade vorgelesen hast, kam von vorne hin zu. Ey, was erwartest du da? Ja. Nicht viel. Well done, Chris. Well done. So, Öl ist auf jeden Fall da schon mal nicht. Spark Powder sollte da rein. Ich bin mir so sehr sicher, dass wir Öl schon hatten. Wenn ich sie aber sage, dass hier kein Öl ist. Dann machen wir in den anderen Kompost machen wir einfach hier die Scheiße von dem Riesen. Die Scheiße von dem Riesen, okay. Hast du die mitgenommen? Ja, nee, also hier von unserem größeren halt. Ach so. Ja, ja, doch. Ach, wegen dem Spoiled Meat konnte man... Hallo, warum ist das Feuer weg? Kein Holz mehr drin? Nee, ich meine... Können wir auch nehmen? Nee, ne? Nur Sedge. Man kann übrigens... Warum soll ich denn den Blondi machen? Wenn man auf den Dino steigt... Und dann auf Z drückt, dann kann man mit dem auch nochmal... Kann man die zum Kacken zwingen. Richtig. Der Chris ist nämlich eher so der Zwinger. Der kennt sie aus, wenn man gekackt werden muss, ja. Der Chris sieht das beim Gesichtsausdruck unserer Dinos, wenn die kacken müssen. Nee, ich steig da rauf und lässt die kacken. Wollte grad sagen, ey. Hallo, ich möchte bitte auf den... Äh, Bären kommen in diese mittlere, äh, draußen, da wo du kriegst du es vor den Dinos, dann in die mittlere Kiste. Genau, in diese Pampe da. Die Pampe, richtig. Alle aus der Geschmacken. Nein, du musst das mit Anlauf machen. Du bist doch drüber, was willst du denn? Immer, immer dieser Hass. Ich sammle hier auch die ganze Zeit diese Grabsteine ein, ey. Ja, warum? Ja, weil da sind halt Büsche für Bären. Ist doof. Und die Weißen da auch nicht rein. Genau, die Weißen und die... Genau, die Weißen da auch nicht rein. So, ansonsten dürfen die sich jetzt hier mal bedienen. Eine Menge Beeren habe ich da jetzt nämlich gerade reingeschmissen. Ah, ist so kacke, dass diese Kürbisse nicht sinnvoll zu nutzen sind. Ich habe irgendwelche Perlen aufgenommen. Perlen? Okay, und Perlen. Silzer-Perls. Okay, Perlen sagen mir jetzt auch noch gar nicht. These Perls are made almost entirely of... Hat jemand die lila Hosen rausgenommen? Was? Hat jemand die lila Hosen hier rausgenommen? Nee, ich nicht. Weil jetzt ist nur noch eine blaue drin. Was ist da dran? Statt einer lila Hose. Das blau heißt, äh, das ist ein Blueprint. Das blau heißt, glaube ich, dass du den craften kannst, den Blueprint. Ja, aber die war halt von lila, als wäre die epic jetzt, um das mal im... Ja, das ist der Blueprint. Die ist, äh, die Umrandung ist da immer lila beim Blueprint. Ja, aber jetzt ist sie eben nicht mehr lila. Ja, weil du die Materialien hast zum craften, dann werden die blau. Ah, so. Ah, Moment mal, kann ich... Warum mache ich das dann nicht? Ja, mach es halt. Nur die Heidhose wird besser sein, als die 14,6er da, ne? Wurde mal, ich muss mal... Ich hab 10,4 und die gibt... 14,6. Ist doch voll besser, was willst du denn? Ja, aber du kriegst ja bald von mir ne Heidhose. Ja, aber bald. Ja, also wenn ich zu Hause bin, mach ich die sofort. Ich weiß halt nicht, wie lange das dauert mit dem Thang hier noch. Kann man das dann immer machen? Bitte? Dieses Blueprint ist einfach nur so ne Vorlage, oder wie? Naja, Blueprint halt, ne? Aha. Das hab ich ja noch nie gesehen. Du hattest auch mal ein Blueprint für nen Fioma-Sattel oder so, ne? Ja, ich meine schon. Und, äh... Ja, der ist verloren gegangen, weil die Kisten kaputt waren. Oh, nein. Da war das halt das Gleiche. Wir haben aber auch irgendwo nen Blueprint für nen Raptor-Sattel. Oha. Ja, und der Raptor-Sattel, den wir da gefunden haben, den Blueprint, der ist einfach mal... Der braucht dreifach so viel Materialien wie ein normaler Raptor-Sattel. Autsch. Also, der wird, glaub ich, schon ganz gut sein. Ah, was war Keratin nochmal? Krallen. Krallen, ah, in der Gino-Kiste dann. Genau. Kommt von den Schildkröten. Damit ich hier alles Rang und Ordnung hab beim Sortieren. So, und die weißen Bären, brauchen wir die jetzt für irgendwas, die weißen? Gute Nacht, Paul. Nee, damit machst du eigentlich nur die Dinos hungrig. Also, erstmal brauchen wir die nicht. Okay, dann tue ich die dann mal. Äh, Chris, die Perlen brauchen wir später für bessere Waffen und Rüstung. Anscheinend können wir die damit upgraden irgendwie. Also, pack die mal irgendwie in den Materialienkisten oder so. Ja, ja. Kohle? Ähm, haben wir im Haus, guck mal. Mortal und Pestel. Ja, äh, bei... Da muss... Da kommt das rein, hier. Guck mal, hier ist er. Das liegt am Boden, genau. Ciao, Mark. Mach mal die Karte weg. Der Mark Eichner. Gute Nacht. Ja, mal aufs Bett aussehen gekriegt hast, genau. Wie, mein Bett? So, ja, Lola wollte das Bett schon wieder missbrauchen. Boah, wie lange das dauert, ne? Ich bin schon seit zwei Tagen den am 10, ey. Keine Ahnung, ey. Tun wir mal hier rein. Hier, den Doktor Stahlkopf, der ging recht schnell, Chris, ne? Ja, hat ja auch einen Tag gedauert. So ein Raptor wäre jetzt mies, ey. Ähm, Food. Haben wir jetzt hier nicht noch was? Dieser, dieser Langhals, ne? Der macht mich irgendwie fertig, ey. Achso, du isst das. Eiskalt. Ja, wir müssen mehr Essen sammeln, irgendwie. Ich hätte ja nur gern so ein bisschen was, dass, falls alle Strecke reißen, ich dann auch überlebe. Danke. Ja. So. Ich ähm, so ist jetzt den am Tamen. Das heißt, was könnten wir jetzt am cleversten machen? Fleisch. Fleisch, ne? Oder ich schnappe da hinten dieses weiße Ding, ne? Oder ihr holt euch wo, äh, Holz und Fetsch. Ich weiß ja nicht, wie es bei den Vorreden aussieht. Wen willst du töten? Den Flug, Dino. Den hier. Der da. Der fliegt aber weg. Den kannst du einmal angreifen. Oh, den können wir aber, den können wir mal gucken, ob wir den erwischen. Warte mal, ich brauche aber eventuell etwas mehr. Ah, jetzt habe ich nicht genügend Fiber. Aber Fiber sammeln sollte jetzt mal ganz schnell. Ich habe dir noch drei Stacks gegeben, vier Stacks gegeben. Ja, ich habe die doch alle brav sortiert. Ja, Dr. Stahlkopf ist ein wahnsinniger Arzt. Genau das war unser Hintergedanke dahinter. Deswegen hat er ja auch die Brille aufbekommen, ne, Chris? Wir können ja, wir können ja zu dritt, können wir ja echt größere Dinos mal kennen. Ja, warte, ich versuche mit meinem... Ah, nee, lass mal lieber hier diesen, diesen Elefanten... Ja, ja, dieses Elefantending, das gibt nämlich übelst viel. Boah, ich sehe es schon kommen, wie wir alle verrecken, ey. Ach, Quatsch. Ja, okay, das Elefant beim Elefanten... Mal den Teufel nicht an die Wand. So, ja, Moment, 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 Moment. Sag an, ich habe meinen Bogen schon gespannt. Stimmt, ich könnte ja auch einen Bogen nehmen. Ja, bei einem Elefantending ist das sogar sehr ratsam, einen Bogen zu nehmen. Der hat da hingekackt. Tja, dann sammel doch mal auf. Chris hat aber auch echt ein Auge dafür, ey. Ich habe gerade gesumt und habe meinen Bogen gespannt. Ich kann gerade nicht aufsummen. So, hier ist Lola. Wo ist Chris? Dann drückst du einfach eins oder zwei und dann ist er nicht mehr gespannt. Also da, wo du Achse oder so draufliegen hast. Eins, drei, zwei, eins. Ja, da, wo die Achse draufliegen.